Aha, man kann jetzt interstellares Rekrutierungsbüro bauen. Ja, das habe ich gerade auch schon im Bau gesehen. Da kannst du diese Anführer da, die besonderen, anlocken. Palle locken so. Käse. Ist ja so ordentlich. So, ich baue hier. Was ist das hier? Andererseits, StarlePanet. Construction Project concluded. Ich baue erstmal Gegenkliniken. Beide Pops sind halt überall. Wir können nur eins davon haben. Ist ja auch interstellar und nicht interplanetar. Ja. Bunchy on the drive signs detected in deep space. Schau mal so gefährlich. Die Übergangszeit. Ich kann eigentlich ganz gut nachbauen. Ich kann eigentlich ganz gut nachbauen. Oh, die Pranku wären Sioniker. Ah, das Imperium von Delfine-Strudel. Ah, ist klar. Imperium von Delfine-Strudel. Was für ein Name. Von der Föderation von Prank. Strudel? Genau. Ah, sehr schön. Die Confederation of Prank? Ja, doch. Die kenn ich. Ja, doch. Die kenn ich. Ja. Ja. Okay, du kannst jetzt nicht mehr wirklich was machen, dann kann ich dieses Schiff auflösen. Wie viele Gitarre sind denn hier aus? Oh, ich hab Pamerota. Gut. 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 Und jetzt kann ichn. Das aber... Das ist klar. Kommt klingelt. Ah, ich weiß nicht. Das ist auch das Klein, oder? Ich hab's auf, ich hab's nicht golden gesagt. Oh, das ist doch egal. bau war die denn hin jetzt habe ich auch das zu kackes reich das heilige zu kackes reich kennst du das eigentlich schon so kennst du das eigentlich schon hast du das schon ist nur ist wirklich von mir so wieso noch weitere erstkontakte die kann ich doch gar nicht halten beleidigen die mich warum wir sagen sie bei mir eine botschaft etablieren warum das kann warum seht ihr euch alle schon viel zu viele ich hab bisher nur jo als nachbarn ja ich kenne auch nur jo und rolf kais ja ist ein paar mir construction project kundig so kundig ich hab mal darf nicht von anfang an selten anklagen bauen haben sie das quasi verliebt das kannst du nicht von anfang an Sölden-Einklaven bauen. Vorher hattest du immer einen von Anfang an, und im zweiten würdest du die über Dings holen, okay. Alles geändert. Hm. Ich meine, das war schon ziemlich stark. Die Lieden ist geschlossen. Ja, mach dir mal. Das zieht mich durchfrieden von anderen. Ne. Schnabel, Azubi. Ah, dann muss ich ja als nächstes auf Sölden-Einklaven gehen. Ja, das ist ja nicht das Problem. Das solltest du tun, ja. Na, ich bin ja fast fertig. Ist ja nur noch der eine Trade und dann... 88 Monate ist natürlich lang. Hm. Hm. So, jetzt müssen wir hier wieder bauen. Ähm. Was brauchen wir? Erstmal hier Konsumgüter und hier Trübel. Das ist doch schön. Und dann weiter mal. Er ist eingetankt. Oh, das Ding. Oh, ja. Ja. Dass man die Konsumgüter auf Automatik stellen kann, finde ich ehrlich gesagt viel praktischer. Ja. Das war aber schon mal so. Richtig. Nö. Aber schon länger. Ja. Nicht schon länger. Ja. Also definitiv seit den 2 Punkten 0 April, ja. Ja. Das ist doch vielleicht noch mal zu benennen. Alles was seit 2 0 ist, ist quasi schon immer Fall für immer. Ja. Ja. Also ich rede nicht von dem alten Spiel. Ich rede nicht von dem alten Spiel. Nein. Ich rede nicht von dem immer Spächer. So. Ich rede nicht von dem alten Spiel. Das ist ja 155. Das ist ja 165. Wow. Yay. Ich habe 10% zufrieden und halt mehr. Ja, gut. Ich habe meine Regierungsagenda erfolgreich geschafft. Und die hieß, besiedel einen anderen Planeten. Seitdem ich die habe, habe ich schon drei andere Planeten besiedelt. Ich habe hier so eine Unterlichtgeschwindigkeitsspezies. Sie sind in dem Atomzeitalter und jetzt kann ich auswählen, ob sie sich jetzt gegenseitig wegbomben oder nicht. Zugucken und Feuerwerk genießen, oder? Interessant. Neben mir ist der L-Cluster. Oben rechts. Und ratet mal, wer gerade in dem L-Cluster was kolonisiert hat. Ich nicht. Heiliges Zuckaris Reich. Richtig. Oder die Auserwählten. Aber das Heiliges Zuckaris Reich ist schon eine ganze Weile dort. Ja, aber what the fuck? Wie kommt die denn da hin? Äh, Supraum. Ja, was? Ne, da komme ich auch nicht hin. Ich habe es probiert. Aber die Auserwählten sind auch da oben. Vielleicht haben die einen Hypersupraum angekriegt. Hypersuperrum. Irgendwas mitzubauen. Irgendwas mitzubauen. Yay, in 17 Monaten kann ich Forschungslabore bauen. Special Project concluded. Wo haben die vorher geforscht? Und dann frage ich mich, ob die es eigentlich wissen... Aber sie haben es jetzt schlau gemacht. Wenn du nicht in irgendeinem Markt angeschlossen bist, kannst du nicht handeln. Das war nämlich immer vorher übel drum. Du konntest alleine, während du alleine warst, handeln. Ja, cool. Jetzt hast du es rausgenommen. Und ja, ja. Ich will doch nur Relikte... Äh... Schwingen. Und schon bin ich nicht mehr ein Diktator, sondern ein Imperialer. Ich bin vollkommen zufrieden damit, Imperial zu sein. Doch. Kanzler, agenda ready. Verdammt! So, was haben wir denn da mögen? Hören wir mal weiter die Forschungsbeschwindigkeit. Aber das haben sie natürlich mit der Forschung ein bisschen krasser entschleunigt. Du hast jetzt halt zwar kleinere Spezialisierung des Forschers, aber du kannst es nicht mehr auf einen Forschungszweig so richtig krass pushen. Ja, naja. Irgendwas ist ja immer. Ich finde es natürlich ganz gut, weil es ist manchmal so krass, wie die KI sich vorprescht. Das ist richtig böse. Ja, ist halt so, du kommst gar nicht hinterher so schnell. Die können halt alles parallel machen, weil sie halt einfach nur berechnen. Wir müssen nachdenken. Achso, wir müssen das auch alles berechnen. Moment, wie, was war das gerade? Wir müssen das auch alles berechnen, wenn wir uns ankommen können. Genau, aber wir brauchen länger dafür. Tramid, du hast vollkommen recht. Das erste Galaktische Imperium des Satishu. Nein, nicht schon wieder. Nicht das erste. Du wartest ja schon ein paar. Ja, aber in diesem Spiel. Das erste, wiederholte Malte. Galaktische Imperium. Es hört sich nicht so gut an. Nee. Weil da habe ich noch einen zu voll. Nee, andersrum. 63 können wir auch stocken machen. Äh.. Nicht Angriffsversprechen gebraucht. Oh, nicht so praktisch. Ja nicht mit mir, aber mit irgendeinem, was sagt ich bei die Plari oder so. Ne, ich mit mir. Ja, das ist du ja. Nicht mit dem Kumana. Der mit dir das nicht angesprochen hat, warum? Achso. Ups. Achso. Ja, ich dachte, ich sag dir das einfach mal, weil ich so nett bin. Ja, dafür habe ich jetzt eins mit dem Heiligen zu Kakenreich. Zu Kakenreich. Ich finde es halt auch schön, ja. Ich muss leider mal in das Protar so reich, die müssen mir mal die Grenzen öffnen. Es ist, ja, hm, also mir gegenüber sind die relativ freundlich. Ist ja für mich nicht relevant. Empfänglich, sie sind mir gegenüber empfänglich. Ich bring mal eben nebenbei mein Trinken weg und gleich wieder da. Mhm. Wir können auch gerne eine kurze Pause machen, sollten andere Leute sagen. Sie wollen auch mal kurz was wegbringen. Ja, dann lass uns das ruhig gerne machen. Okay. Dann machen wir jetzt aber mal... Zwei, drei Minütchen oder so. Ja. Zwei bis fünf Minuten oder so. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Hast du auch die große Republik in das Galaktische Imperium umgewandelt? Nein, das war das große Diktatorship. Die große Diktatur, die ich in das Galaktische Imperium umgewandelt habe. Aber ich nutze jetzt auch mal ganz kurz die Chance der Pause, ich bin gleich wieder da. Loin. Ja, 10 Tipps, Junika, nice. So, dann müssen wir nämlich mal folgendes machen. Nebenbei, wenn die anderen da gerade getrunken haben, sich selbst Spezies. Wir können jetzt nicht... Ich wollte gerade sagen, die anderen alle weg sind, können wir ja noch weitermachen. Ja, klar. Also, grundsätzlich ist es erstmal ja. Ähm. So. Rechte fest in die Anlassung. Ich muss hier, glaube ich, irgendwie... Wie war das? Volle Staatsbürgerschaft? Nee. Wie war denn das? Konntest du irgendwie sagen, dass sie alle zu dem werden? Hm... Hm... Das war es nicht, das ist nass. Gibt's auch nicht mehr? Haben sie es auch überarbeitet? I dunno... Ich kann das wahrscheinlich noch nicht, weil ich noch nicht die Hygiene-Technik habe. Das kann auch sein, wenn du die da jetzt erweitern willst, von den Genen her, da brauchst du erstmal die Forschung dafür, zumindest war es früher so. Ja, ich bin auch schon drin in dem Zweig, aber das Ding ist, du konntest, also vorher war das so, vor dem, ja noch im letzten Update, weil im letzten DLC, da war es so, du konntest halt dann sagen, also du kannst ja Psyoniker nicht, wie soll man sagen, kreieren, das geht ja nicht. Aber du kannst sagen, dass alle sich dem, also dass das quasi die Hauptgruppe wird. Dadurch entstehen keine normalen Leute mehr, sondern nur noch Psyoniker. Sondern die werden, oder sie werden alle zu Psyoniker, sie lernen quasi das von den Leuten, die das können. Irgendwie so. Und... Genau. Der Roboter, dann kannst du ja die Vorlage anbinden, dann werden sie alle zu dem, aber hier geht es nicht. Und hier musst du dann irgendwie so, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Na gut, dafür muss ich das wahrscheinlich wirklich jetzt noch erforschen. Mal fertig erforschen. Und erst dann brauchen wir halt die Schiffe. Sorry, Social, ne? Ist hier gerade bei, ne, was? Uralter... ...Kavitations... ...Kollabierer. Wie? Diese hochenergetische Waffe erzeugt beim Aufprall mikroskopisch kleine implodierende... ...Kavitationsblasen. Ach, Gravity, ja okay. Die Panzerung durch enorme Hitze und Druck von innen heraus zerbersten. Okay. Klingt spannend auf jeden Fall. Naja, wie so eine Mikrosingularität. Was, hat schon wieder jemand einen galaktischen Abfallalber gefunden? Ne, noch nicht. Noch? Bloß, Joe hat gerade eine interessante Waffe gefunden. Mit Gravitationsblasen. Ja, ja. Warte, ich lese nochmal vor, weil es sehr interessant klingt. Kann ich halt lernen, uralter... ...Kavitations-Kollabierer. Also, was eine Kavitation... Also, Pervities sind ja auch, wenn dann zehn Löcher hast du es sehen. Ne? Hm? Das ist so Kavitation. Jetzt sind wir bei... Diese hohenergetische Waffe erzeugt beim Aufprall mikroskopisch kleine implodierende... ...Kavitationsblasen. Die Panzerungen durch enorme Hitze und Druck von innen heraus zerbersten. Schon mal... klingt gut. Das klingt sehr geil. Das gehört zu dieser... Archeo... Archeo... Ah, du hast Archeo... Waffen. Genau, das sind Archeo-Waffen. Die in der Tat teilweise richtig geil, aber teilweise auch richtig kacke sind. Das klang auf jeden Fall schon mal gut, aber es klingt halt auch wie so... Ähm... Wie die Bombardierung so ein bisschen. Oder wie so halt... Raketen. So was. Bin wieder da. Wir kommen zurück. Hebe! Ja, gut. Äh... Dex habe ich noch nicht gehört. Ist der auch da? Nein. Klingt nicht so. Ich bin extrem hoch. Das Forschenschiff macht grad nix. Hm... 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 Dann kann das natürlich auch wieder eine Mandine abgeräuschen. Danke. Was ist denn? Hm... 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 der ist zumindest am oberen rand relativ unpraktisch weil dadurch erkennt man die eigens nicht richtig ich weiß nicht ob dir das schon mal aufgefallen ist stimmt schwierig mal ebenso weiß ich muss einiges wieder ändern weil wie gesagt technisch gesehen musste sich was ändern und das war nicht so vorteilhaft alles naja das hat so wasser ja so ok meine finger ja von mir aus ja du bist zu spät ex bin bereit